Las Melonas! So, wollen wir mal gucken, wie das so ist? Guck mal hier! So schnell kann es gar nicht sein. Echt halt. Wollen wir mal testen, oder? Ja. So, legt die kleine Maus. Oh, das zieht aber schon ein bisschen. Die Bubis sollen wir natürlich auch nicht vergessen, ne? Oh ja. Los geht's! Ups! Mir ist was runtergefallen. Hängt ja alles halt im Weg, ne? Kein Problem. Hier die Socken. Da ist halt einiges zu im Weg, weißt du? Ja, genau. Kannst du mal anfassen? Jetzt, jetzt, jetzt? Ja! Spürst du? Irgendwie fehlt seitlich ein bisschen. Ach ja, das ist dann nochmal anders. Ja. Ja. Oh, ey! Aber! Schon außer Atem? Ja, das ist ein Ansteiger. Das muss man so gestehen. Guck mal. Und jetzt auf einmal hast du ganz dollen Durst. Und jetzt auf einmal hast du ganz dollen Durst. Guck mal. Also zur Seite rollen? Ja. 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 Und ich hab den Bauch. Das lässt du nicht mal hin dafür. So darf ich aber, ne? Ja. Ja. Puh. Es ist wirklich einfach alles insgesamt anstrengend. Da muss man gestehen. So, Zeit fürs Bettchen. So rum. Rüber. Fertig. Fertig. Herrlich. Aber jetzt sieht man das hier auch ein bisschen. Das heißt, ich brauche mal ein Schwangerschaftskissen. Machst du auch mal so dann? Ja. Auch mit den Melonen hier. Rüber. So. Und dann will ich mich drehen, weil ich noch einen Kuss von meinem geliebten Ehemann haben will. Schatz, ich muss mich wieder rüber drehen. Ich kann so nicht liegen. Jetzt am nächsten Morgen. Kissen weg. Und jetzt muss ich mich wieder erstmal zur Seite drehen. Und... Oh Gott. Ich bin so leicht. So wahrscheinlich. Nee, stopp. Mit dem Arm abschliessen. So. Da muss schon den Schwung mitnehmen, ne? Ja, genau. Puh. Mein Träger rutscht runter. Jetzt rückt sich die Schweinefrau hier ab. Hoppa. Ich gehe erstmal aufs Glöchchen. Guck mal, es ist Ostern. Oh, oh, oh. Aber warte, jetzt tritt sie schon wieder rüber. Da? Guck mal. Okay. Okay. Du machst aber vorbildlich. Nein. Und dann machst du ja meistens so, ne? Juhu. Und dann machst du ja meistens so, ne? Juhu. Auf, äh, äh. Hahaha. Vielen Dank.